Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Trial Version 2. Diesmal hoffentlich mit feinstem Ton. Aus irgendeinem Grund ging das Mikrofon nicht. Ich weiß nicht warum, es war angeschlossen, es hat ausgeschlagen. Auch in diesem Testvideo, das ich einfach Speedrun genannt habe, da habt ihr bestimmt auch gesehen, dass es eigentlich irgendwie funktioniert. Aber dann beim letztendlichen Spielen hat es leider nicht funktioniert. So, hier ist mein Protagonist Jack mit seinem wundervollen Stirnband. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die anderen zwei hier eingehen. Denn, wie sehen die überhaupt aus? Gut, Final Fantasy hat ja immer so ein bisschen normalen Style mit Fantasy Elementen vermischt. Aber er hier mit seinen weißen Sneakers und der engen Jeans, wie will er denn kämpfen? Er hat wenigstens so ein Muzzleshirt an, aber dieses Hemd oder den Pullover, den er da oben gebunden hat, das ist, ich weiß auch nicht, da ist meine Kleidung doch deutlich funktionaler. Naja, was soll's. In der letzten Folge habe ich leider nicht groß drüber sprechen können, aber was ist das? Kampfstil. Genau, ich habe den Streitkolben hierher bekommen. Magier sind Meister darin, den gegnerischen Willen mithilfe von Aktionsfertigkeiten zu brechen. Normale Angriffe mit einem Streitkolben stellen reichlich MP wieder her. Während aufgeladene Angriffe die gegnerische Willensleiste dezimieren und den Willen der Gegner so noch schneller brechen. Magier können mit RT Zauber wirken und stellen während des Zauberns MP wieder her. Gut, Zaubern. So mache ich einen Zauber, okay. Feuer. Feura. Feuger. Gut, und wie hau ich drauf? Achso, hau ich drauf. Okay, gut. Aber das ist ein Feuerbiest, da muss ich bestimmt irgendwie Wasser machen. Gib mal Wasga. Mist, ich habe im letzten Moment, bin ich noch verrutscht und habe die Ebene gemacht. Ich brauche irgendwie schon lange zum Zaubern. Wie ging das nochmal? Jetzt will der heimlich Surge-Ripfel jetzt hindurch. Aber er ist ja so ähnlich wie Surge. Kann ich auch so einen schnellen Zauber machen? Ah, die Stärken sind schon ein bisschen. Ach, ich habe den Willen schon gebrochen. Zerbreche ich euch auch. Niedergebrochen. Wo ist der andere? Den kann ich auch zerbrechen. Ah, der ist scheinbar schon so gestorben. Okay, ich bin voll der Magier jetzt. Chillt und alles. Was ist denn hin? Ach, von da hinten bin ich gekommen. Okay. Umschauen. Stay alert. Gut, da unten sind Vieche. Wölfe. Ich war ja letztes Mal ohne Ton schon kurz unten und dann wäre ich gestorben. Weil ich es dem Zauber noch nicht drauf habe. Geht man dran. Okay. Ich muss rausfinden, was gegen die effektiv ist. Oh, das war gut. Leben. Ach, sein Willen ist schon gebrochen. Okay, ey. Zack. Boah, die reißt ja voll auseinander, die Wölf. Da lässt er sich nicht lumpen, der Kamerad. Kollege Schnürschuh. Gibt es hier oben noch was? Ach, so ein Ding. Was habe ich denn jetzt nicht analysiert? Warum soll man da hier hinten hin? Was ist denn der Scheiß? Jetzt aber. Okay, das Ding ist runtergefallen. Genau wie beim letzten Mal. It'll be a breeze. Ich glaube, ich mache die Wölfe mit Beben. Ach, die verbrennen hier. Oder kämpfen die gegeneinander. Ich habe nicht genug Wölfe mit Beben. Ich habe nicht genug Wölfe mit dem Ausflug. Ich habe nicht genug Wölfe mit dem, was ich. Wölfe mit dem, was ich hier nicht mehr von Wölfe mit bekomme. Wie? Ein bisschen Däger. Dann kann ich doch wieder auf meine Schwer abwechseln. Ah, ich hab doch geblockt, ich verarsch'n. Kann ich jetzt nur die Weihung machen, endlich? Okay, ich bin so ein starker Kämpfer. Zuck, da köpfe ich meinen Kollegen dabei. Wir haben es jetzt! Wir haben es! Schraube etwas von der Luft. Sei sicher, Leute. Stirb endlich, grässlicher Wolf. Das ist witzig mit den Finishern auf jeden Fall. Oh, ich hab einen Sturmdolch in grün gekriegt. Ich hab eine grüne Waffe gekriegt. Leider ein Dolch. Magierhose. Das ist doch gleich. Ausrüstung und Jobaffinitäten. Jaja, ist doch okay. Einsiedlerstab. Oh, Einsiedlerstabstufe 10. Drachenschild. Drachenschild habe ich ein schlechteres bekommen. Mein verblasstes Stirnband ist immer noch gut. Zug, Schlitz, Willensschaden. Wie ist es von dem Trank? Das gefällt mir. Ich hab' jetzt einen Magiermantel. Magische Resistenz, MP wiederherstellung. Nee, irgendwie nix gut. Halt' ich lieber die Verteidigung. Ich hatte auch nur neun rechts beim Zauberhut. Ey, gefällt mir nicht. Aber die sind grün. Ach, für Duelland. Na toll. Hose eines Fremden. Oh ja, gib mir die Magierbaggy. Korrekt. Plastbeinschiene. Was hat denn die Trank- und Dunkelschaden? Seele. Was zur Hölle ist Seele? Magier und Schwarz-Magier. Ja, komm. Da kriegt er die Magierboots. Jetzt bin ich so der starke Magier oder was? Also irgendwie läuft's nicht so flüssig, obwohl ich jetzt extra den Performance-Modus angemacht habe, weil der andere sah irgendwie schlecht aus. Trotzdem läuft's nicht so richtig sauber. Naja, es ist ne Beta-Version. Ich habe extra am Anfang geschrieben, die werden nix daran ändern. Frisst du, der stirb. Nehmt die kostenlose Version. Aber ich habe irgendwie gedacht, wenn ich diesen Performance-Modus anmache, dass es besser läuft. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es besser läuft. Andererseits, dass es so ne tragische Trial-Version ist, will ich sie auch irgendwie nur durchspielen. Weil... Ja, das ist halt nur ne Trial-Version. We've come full circle. Ach, ich bin jetzt oben. Ja, es ist hier lecky. Echt komisch, wie's läuft. Helle Barde. Für was ist die Helle Barde? Im Kampfstil Als Pekingier hast du Zugriff auf vielseitige Waffenfähigkeiten. Jede Angriffsart, um die Schwächen deiner Gegner auszunutzen und sie dank der großen Reichweite deiner Lanze aus der Ferne anzugreifen. Oh, cool. Stichwurtschlitzen. Oh, Lanzenwurf ist aber cool. Okay. Muss ich direkt mal ausprobieren, die Lanze. Leider sind meine anderen Sachen jetzt schon gestiegen, also diese Job-Level. Hä, wieso geht denn der Menü-Knot? Das macht nicht. Kombo-Fertigkeiten. Oh, da kann man echt sehr viel einstellen. Magier lass ich mal drin. Ihm kann ich doch den grausamen Sturm durchgeben. Ja, hier. Nimm mal ne richtige Waffe an meinen Sohn. Nein, mein Sternband kriegst du nicht, wie ich selber habe. Das ist ein Blasterbrustschutz. Ach, der belegt für Oberkörper und Hüfte. Das ist auch eine Rüstung. Jetzt sieht der auch mal ordentlich aus. Die Jeans muss noch weg. Ah, hier. Gibt's doch schöne Panzerhandschuhe für ihn. Da ist doch der Dueland. Hose eines Fremden. Ja, toll. Hä? Wieso ist er denn jetzt nackt? Ach so. Weil dieses Dings die Hüfte auch belegt hat. Das ist der Brustschutz. So. Sorry. Na ja, dann halt so. Er ist jetzt sehr stark. Da sind mit ihm, der hat voll die schäbigen Schlagringe. Kann die hier auch. Kriegt er auch ne Stirnband. Ne, das ist meine. Magier Gewand ist auch irgendwie Quatsch. Guck mal, er kriegt die hier. Da hat er schon was an. Hose hat ja auch die coolste Stiefel. Ja, zack. So, jetzt habe ich doch voll die krasse Crew hier. Das ist mit ihm. Schwertkämpfer. Ich will hier wohl die Peking hier mal ausprobieren. Ob ich da halt schon. Stark bin. Ach, drauf geschissen. Ich will das Ding ausprobieren. Das sieht echt cool aus. Hohohoho. Bin ich hier falsch oder was? Ach ne, hier ist ja ne Tür. Ach ne, hier ist das Ding nicht. Also ein Ding nicht. Oh, mein Ding nicht. Hier ist das Ding nicht. Und wenn du was mal vergrамен. Es ist das Ding nicht. Oh, ich mache jetzt einen Ding. Und jetzt kann das denn. Oh, ich mache dich nicht. Und dann lass mich hätte es nicht. gefällt mir nicht. Kann ich wechseln? Ah. Pausieren. Ah, okay. Wenn ich pausiert habe, kann ich nicht. Das ist schade, weil ich will mein Schwerteil zurück. Oh, ich kann mal zaubern. Zaubern, ganz vergessen. Also manchmal zaubert er auch. Unhöflich. Ups. Das war aber ein grandioser Stufenaufstieg. So was wünscht man sich doch. Ach, Mist. Ich habe wieder nicht die Waffe gewechselt. Ach, krass. Ich habe voll die Zwiebel gemacht. Oh. Nein. Nein. Nicht gespeichert. Oh, das war tragisch. Fortsetzen natürlich. Bin ich jetzt? Oh, ich bin wieder hier. Oh. Das ist ja scheiße. Ich habe die Waffe. Ja, toll. Jetzt müssen wir die Scheißwölfe wieder tot. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich wollte doch gar kein Feuer machen. Ich wollte doch gar kein Feuer machen. Okay, die anderen zwei sind noch mehr stark. Dann muss ich die einfach kämpfen lassen. Zwielichtstiefel. Oh, blaue Stiefel. Zeig her. Zwielichtjacke. Ja. Das ist nur den Brustschutz. Ich weiß nicht, was oben das bedeutet. Dieses Schwertschild. Zwielichtssachen haben alle zwei da. Ich habe hier voll viele coole Schuhe. Die hier scheinen am besten zu sein. Ich nehme die. Zumindest jetzt so auf den ersten Blick, was ich so sehe. Ja, hier sind Wölfe. Okay, die Jobaufstiege gehen aber auch sehr schnell. Zwei Gegner. Ab geht's. Gucken, ob der jetzt wieder runterfällt. Er fährt echt immer runter. Gibt's hier auch was mit den Dingern? Die guten alten Krüge zitterperren. Das gibt doch eigentlich immer was. Aber die bretten irgendwie. Die sind da irgendwie gut gegen die. Kann ich die schon zerbrechen jetzt? Ja, ruf deine Freunde. Die sind alle gekillt. Oh ja. Wenn ihr ihr seid gefragt, los. Ich habe euch stark ausgerüstet. Kämpft. Lasst mich hier zaubern. Jetzt kann man sich fragen. Das merkt der. Das ist wirklich zauberend. Warum macht der einen kleinen Zauber? Ach, komm gegen die Keule. Okay. Oh, was solltet ihr jetzt machen? Oh, was solltet ihr jetzt machen? Erstmal nett sterben. Wäre cool. Und Drops einsammeln. Da ist noch was. Ich glaube, der kann gebrochen haben. Oh, nee. Ich mag ja diesen Sprung mit dem Schwert irgendwie lieber. Stufe 4. Die Zauberer wird ja schon 7. Die Musik. Die Musik. Die düstere. Unheim. So ein bisschen unheimlich ist er. Ach, shit. Kann ich überhaupt springen? Nee. Toll. Das ist ein bisschen wie die alte Kirche hier, wo der Klaut einst Eris traf. Damals. In einer alten Zeit. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren. So. Jetzt mal wieder hier. Hallo. Ja, ja. Ach so. Jetzt brauche ich doch gar nicht hier hintergehen. Obwohl. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn der Tipp? Du kannst mit verschiedenen Objekten interagieren, zum Beispiel Leitern umtreten, um neue Abkürzungen zu Sphären freizuschalten. So lässt sich das Areal gefahrlos erforschen. Halte also stets die Augen offen. Ah, das ist wie bei Surge. Und bei diesen schweren Games, zeige ich hier eine Abkürzung korrekt. Ah, das hätte ich vorhin mal machen müssen. Dann hätte ich nicht alles nochmal machen müssen hier. Andererseits levelt man halt auch auf. Äh, wenn ich dann so will zurück, dann würde ich ja nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal zaubern. Fünf, naja, es steigt doch schnell. Ich muss mal wieder an so ein Ding, wo ich dann hier aufleveln kann. Hier bin ich freckt. Ich habe ganz wenig Leben. Kann ich mir doch, dass ich gestorben bin. Nein, Idiot. Sag's noch. Scheißdreck. Wer muss immer die Tränke einsetzen? Ah. Wie grässlich. Jetzt finde ich wieder hier. Aber hier kann ich doch diese Levelsachen machen, oder? Zeig mal das Shopmenü. Höht die Affinität. Ja, das ist mein Name. Höht Wille um 80. Ja, ich will auch Wille. Ich nicht so schnell draufgehe. Verlängert die Weihungsdauer. Ich kriege das mit der Weihung nicht mal hin. Zerschlitze Gegner um dich herum mit einem Speer. Halte gedrückt und mehrere Angriffe. Ja, wirklich. Wollte ich schon immer. Höht das Willensleisten. Auffülltempo. Ja, ist bestimmt auch gut. So. Sieht's hier aus. Du land. Spiel dich inne. Das mache ich einfach mal so. Magier. Das ist aber interessant. Wirksamkeit von Trinken. Magier Affinitiv. Kombo Angriff von hinten. Aufklarende Angreifen. Das ist doch cool. Ich habe noch mehr Element. Kein des Status. Sitze eine elementarlose magische Attacke vor dir ein, die gegen durch Luft schleudert. Hört sich gut an. Für eine begrenzte Zeit kannst du weniger leicht ins Wanken gebracht werden. Bestimmte Angriffe laden schneller auf. Verringert MP-Verbrauch. Du, mehrere Drehschlitze. Ja. Drehschlitze. Wobei ich jetzt wahrscheinlich sowieso mit dem Spieß kämpfe. Soll ich die Abkürzung gehen? Nein. Ich gehe nicht die Abkürzung. Ich muss stecken. Ich war es nicht wert. So. Komm, folge mich. Okay. Hä? Warum hat er denn jetzt nicht gezaubert? Also manchmal zaubert er einfach nicht. Das klingt mir voll auf den Sack hier. Wie zaubert er denn zur Hülle? Oder beziehungsweise warum? Zaubert er nicht? Was war? Da habe ich keine MP scheinbar. Was war das? Was war das? Ich habe keine MP scheinbar. Das ist ja komisch irgendwie mit dem Zaubern. Ich muss da unten meine Leiste irgendwie... Gut. Gut. Hoch den komischen Typen runterpieksen. Doch, nicht? Doch. So, und jetzt wird sich unten gebrochen wird. Die anderen haben irgendwie mehr Balken da. Also ich habe nur zwei von diesen rosa Balken. Und die anderen haben drei. So eine Stärke als ich einfach... So eine Blocken hinkriegen. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. So, an dieser Stelle machen wir jetzt ein Rage-Quid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich mache gleich weiter. Die Folge seht ihr dann auch morgen, wenn ich mich abreagiert habe. Ach, ich bin gerade so schlecht. Es tut mir leid. Es ist tragisch mit anzusehen. Aber morgen wird es auf jeden Fall besser. Vielleicht nehme ich wieder das Schwert. Ich bin nur nicht sicher. Also, bis dahin. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.